Hey Yogis, mein Name ist Kerstin und wir schauen uns heute die ersten zwei Stehpositionen nach den Sonnengrüßen an, Parangustasana und Parahastasana. Öffne deine Füße hüftbreit und greif deine großen Zehen im Zehenverschluss mit Zeigefinger und Mittelfinger. Einatmen, rücken lang, schau vor, ausatmen, sink in die Vorbeuge tief, Parangustasana. Eins, wir halten für fünf Atemzüge, zieh sanft an deine Zehen an, zwei, die Ellenbögen schieben nach außen und nach oben, drei, die Schultern schieben weg von den Ohren, langer Nacken, vier, bring den Bauch so nah wie möglich zu den Oberschenkeln und fünf, mit der Einatmung rücken lang, schau vor, ausatmen, wechsel den Griff, steig auf deine Handflächen drauf und sink in die Vorbeuge tief. Parahastasana. Fünf Atemzüge. Eins, versuch dich nicht nach hinten zu lehnen, sondern verlage das Gewicht nach vorne auf die Fußballen. Zwei, auch hier zieh die Ellenbögen nach außen und nach oben, drei, schieb die Schultern weg von den Ohren, langer, entspannter Nacken, vier, bewegt den Oberkörper so nah wie möglich Richtung Beine und fünf. Einatmen, rücken lang, schau vor, ausatmen, bring die Hände in die Hüften, einatmen, komm hoch zum Stehen und ausatmen, schließ die Füße, Samastitihi.